Die betriebswirtschaftliche Ausbildung bei der FTB gliedert sich in drei Teile. Ein Teil entfällt auf die Kfz-Meisterausbildung. Rechnungswesen und Controlling, wirtschaftliches Handeln im Betrieb sowie rechtliche und steuerliche Grundlagen bilden die wichtigsten Säulen in diesen Bereichen. Ein weiterer entfällt auf den Handelsfachwirt. Der geprüfte Handelsfachwirt geht als Aufstiegsqualifizierung. Voraussetzungen dafür sind mindestens eine kaufmännische Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung im Handel. Dieser Kurs ist für Berufspraktiker aus dem Handel entwickelt, die eine Führungsposition oder die Selbstständigkeit anstreben. Und wie ist das mit dem Aufwand? Wo wird der Aufwand immer gebucht? Auf die Sollseite. Immer auf die Sollseite. Und bei den Erträgen in der Kurzform S und H genau anders drin. In Zukunft bilden wir den Beruf Steuerfachangestellter aus. Dieser ist der qualifizierte Mitarbeiter der Steuerberater. Er unterstützt den Praxisinhaber bei seiner steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung der Mandanten aus Industrie, Handel, Handwerk, dem Dienstleistungsbereich, sowie von Freiberuflern und Privatpersonen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.